Gibt es denn jetzt weitere Pläne für die Zukunft, jetzt wo Sie auch gesehen haben, das findet einen riesen Anklang, wir sind dafür sogar mit dem Kulturvollerpreis belohnt worden und jetzt geht es so richtig los oder jetzt müssen wir irgendwas verändern. Also es ist ja schon losgegangen, der Format, seit 20 Jahren, aber haben Sie jetzt irgendwas Spezielles? Die Heldinnen sind müde. Also ich würde gerne mich zurückziehen und einfach den anderen Menschen die Möglichkeit geben, sich irgendwie einbringen zu können, zu engagieren. Natürlich würde ich gerne einfach irgendwie die neuen Macher einfach unterstützen mit meinem Wissen und, und, und. Aber ich persönlich brauche da schon irgendwie eine kleine Pause. Also ich denke, wir stehen jetzt in einer Phase, wo wir uns ja auch einmal die Karten legen müssen, 20 Jahre Polenmarkt, ist ja eine ganze Strecke. Und ich habe ja vorhin gesagt, es ist schon sinnvoll, dass wir das weiterführen, denn das erreicht ja bleibt eben nicht stabil. Die Frage ist natürlich nur ein bisschen, wer soll das machen? Also ich werde mich auch aus dem Vorstand zurückziehen in diesem Jahr, weil ich einfach auch mit den anderen Belastungen es einfach auch zeitig nicht mehr schaffe, so viel Zeit dem Polenmarkt zu widmen, wie der Polenmarkt eigentlich verdient hätte und auch bräuchte. Sodass wir jetzt im Prinzip schon vor einem personellen Neuanfang auch stehen in diesem Jahr, sodass vielleicht der Polenmarkt sich auch nochmal neu erfinden muss, vielleicht auch nochmal mal in eine andere Richtung gehen muss und dann auch mit neuen Leuten, mit neuen Köpfen vielleicht auch nochmal ein ganz neues Profil sich erarbeitet. Wir bieten ja im Rahmen des Polenmarkt immer auch Studenten an, Studierenden an, Praktika zu absolvieren und mal selber so ein bisschen in den Bereich Kulturmanagement reinzuschnuppern. Und jetzt stünden sozusagen in Zukunft auch ganz andere Aufgaben noch an, also sprich auch mit dem Verein mitzuarbeiten, aktiv sich zu engagieren und dem Verein ein neues Gesicht und auch vielleicht neue Ideen zu geben. Das Problem ist natürlich immer die Finanzen, das muss man auch sagen. Ich meine, so ein Festival stemmt sich ja nicht von alleine, das heißt, man muss das Geld ja akquirieren dafür. Das wird immer schwieriger. Also wir haben zwar jetzt immer sehr positive Rückmeldungen, wir sind auch mit Preisen ausgezeichnet worden, das ist alles schön. Der Preis ist ja auch mit 5.000 Euro dotiert, das hilft uns jetzt schon mal für das nächste Jahr, glaube ich, ein bisschen hinweg. Auch für dieses. Aber natürlich sind 5.000 Euro für den Kulturfestival nicht viel. Und wir kriegen das nächste Problem, dass eben viele unserer traditionellen Sponsoren, das sind ja auch wissenschaftliche Stiftungen, die in ihren Statuten aber stehen haben, dass sie keine Veranstaltung dauerhaft fördern dürfen. Wir sind jetzt bei bestimmten Förderern, eigentlich fallen wir aus dem Förderprofil raus, weil wir eben jetzt schon 20 Jahre am Start sind. Das heißt also, die sagen, Leute, wir haben euch jetzt 20 Jahre unterstützt, das ist eigentlich schon die Dauerförderung, das dürfen wir ja gar nicht. So dass wir jetzt von einigen Institutionen, die uns sonst immer unterstützt haben, schon die Rückmeldung bekommen haben, dass sie es in Zukunft nicht mehr machen können. So dass sich da schon die Frage stellt, wie es mit dem Polenmarkt in Zukunft weitergeht. So schlimm sich das anhört, aber die Gefahr ist schon da, dass der 20. Polenmarkt vielleicht auch der letzte ist. Das wissen wir nicht im Moment. Dann möchte ich noch zu einer letzten Frage kommen. Und zwar, was sollte man oder was sollten unsere Zuschauer dieses Jahr auf gar keinen Fall verpassen? Der Höhepunkt ist zweifelsohne das Konzert von der Band Kloke im Theater. Das ist eine Band, die man vor allem mit Schindlers Liste assoziiert. Und sie konzentrieren sozusagen auf die ganze Welt immer ausverkaufte Häuser. Das heißt also, so eine Band hier in Kreiswald zu haben, ist schon eine große Sache. Wir hatten sie schon beim Polenmarkt 2009. Da war das Theater auch ausverkauft. Und wir hoffen, dieses Jahr wird es genauso. Die Kanda, Abschlusskonzert, auch 20 Jahre schon dabei. Die Kanda, auf allen auch ein kleines Jubiläum, so wie wir. Weltmusik, tolle Sache, also nur empfehlenswert. Für mich ist Stefan Chwin, natürlich, der Schriftsteller. Und ich freue mich vor allem auf die Filme. Wir haben dieses Jahr sehr stark auch die Thematik der Grenze wieder in unserem Programm. Wir haben auch wieder, wie jedes Jahr im Programm, dass Absolventen aus Krakau ihre Filme vorstellen. Und das finde ich immer sehr schön. Das sind junge Künstler, die auch frische Ideen haben. Und für mich sind immer die filmischen Events einer der Höhepunkte, die wir im Polenmarkt haben. Deswegen würde ich persönlich, also meine persönlichen Höhepunkte sind, weil ich favoritale zustimmen würde, als, ich bin zwar Sprachwissenschaftler, aber man liest auch gerne Literatur. Also Stefan Chwin ist schon ein großer Name, aber ich würde auch sagen, auch die filmischen Beiträge, die wir dieses Jahr im Programm haben, wären auf jeden Fall einen Besuch wert. Am 16.11. startet der Polenmarkt bis zum 25.11. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und das Interview. Wünsche Ihnen natürlich sehr viel Glück, beziehungsweise alles das, was Sie sich vorgenommen haben, dass alles klappt. Und wir sehen uns beim nächsten Beitrag. Vielen Dank. Danke schön.